Wir sind hier an der Europa-Allee, die gerade hinter mir gebaut wird. Hier baut die Schweiz ihre eigene Wall Street. Bald kommen Sie vielleicht hierhin und wollen Ihr Geld anlegen. Und Sie suchen dann bei einer dieser Banken, die hier ansässig sind, einen Finanzberater, um Sie für ein gesundes Alterskapital zu beraten. Vielleicht ein bisschen so, wie wenn Sie zum Arzt gehen, um für Ihre persönliche Gesundheit beratend zu werden. Aber bei einem Arzt ist alles anders. Es gibt nämlich einen grossen Unterschied. Sie machen Ihren Arzt nicht dafür verantwortlich, dass Sie krank sind. Aber Ihr Vermögensberater machen Sie dafür verantwortlich, wenn Sie einen Verlust einfahren. Und das führt dazu, dass die Anreize des Beraters sich auf den Kopf drehen. Anstelle, dass er ein Interesse hat, dass Sie später im Alter möglichst viel auf der Seite haben, hat er primär ein Interesse daran, dass Sie heute möglichst wenig Verluste machen. Und wie machen das die Finanzberater hier an der Europa-Allee? Nun, Sie behalten einen Teil Ihrer Anlage zurück in Bargeld. Die legen das gar nicht an, damit es immer noch da ist, wenn die Aktienmärkte fallen. Sie kaufen Anleihen, Obligationen, die festverzinslich sind und die deshalb auch weniger im Preis fallen. Oder Sie kaufen sogar vielleicht Gold. Und Gold, weiss man, steigt, wenn die Aktienpreise fallen. Und natürlich können Sie sich auch direkt an der Börse versichern. Sie können Optionen kaufen, sogenannte Put-Optionen. Das heisst, Sie können Ihre Aktien zu einem festen Preis wieder verkaufen. Nun denken Sie vielleicht, das ist ja alles fantastisch, ich habe keine Verluste. Aber das grosse Problem ist, das Ganze ist extrem teuer. Wenn Sie das Geld in Bargeld haben, wenn Sie Ihre Anlage in Bargeld haben, dann frisst die Inflation der Wert über die Zeit auf, sogar in der Schweiz. Anleihen haben eine viel tiefere Rendite als Aktien. Und Gold hat überhaupt keine Rendite. Und die Put-Optionen, die kosten viel Geld. Und das Resultat, Ihre langfristige finanzielle Gesundheit leidet. Schuld sind aber nur Sie selbst. Denn Sie fokussieren sich nicht auf Ihre langfristige finanzielle Gesundheit, wie Sie das vielleicht beim Arzt machen, sondern Sie fokussieren sich auf die Verluste von heute. Und diese Verluste von heute schaden Ihnen, ganz gehörigen. Denken Sie daran, wenn Sie einmal hier hinkommen und die fertig gebaute Europaallee hinuntergehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018